Deswegen gibt es eine Rosengärtnerei. John ist mittlerweile in Ruhestand getreten und ich bin an seiner Stelle als leitender Gärtner. Ich heiße James, James der Erste, und ich bin der Gärtner. Es gibt mittlerweile James der Zweite, wir sammeln Jamesen zwei. So, ich arbeite hier seit zehn Jahren als Gärtner. Und ich fing an in der Gärtnerei, da unten, als der allererste Engländer, der John Scarman hier gearbeitet hatte. Er war ein Rosenzüchter und er hat seinen Rosenzüchterbetrieb von England nach Deutschland verprachtet. Na, sieht schön aus. Sequoias hier. Eine ganze Allee. Okay? Jetzt? Genau. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020